Das gebe ich ihr lieber nicht. Mir gefällt nicht, wie sich die Lippen lecken, wenn ich meinen Bauch ausstrecke. Was tust du da? Ich ersetze die Nadel, dachte ich. Mit einem Uhrenzeiger? Bist du bekloppt? Du zerschrammst mir noch die ganzen Datasetten. Du meinst, ich brauche eine echte Nadel? Dann kann ich jetzt wohl wieder nach der Nadel im Müllhaufen suchen. Müllhaufen? Müllhaufen? Ha. Ups. Wertvoller als gedacht. Da ist keine Musik drin. Was haben wir denn hier? Nichts von Belangen. Ich hätte jetzt erwartet, dass wir das halt ins Beet packen müssen. Jetzt müssen wir warten. Einfach warten. Und irgendwas hier noch machen. Aber hier gibt es ja auch nichts. Können wir nichts machen eigentlich, oder? Ja, nur meine Binger, ja. Wenn ich nochmal darauf schieße. Geht das? Das Portal, das Leid. Und wenn ich das mache? Ich wollte hier nicht nochmal durch. Mensch. Mensch, 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 Mensch. Ja gut, hier haben wir nichts. Ich würde jetzt halt erwarten, dass hier beim Motor noch irgendwie irgendwas mit der 4D-Brille zu erkennen ist. Aber es macht ja auch keinen Sinn irgendwie. Weil das hatten wir ja eben auch schon. Meine Erdnussbutter hat sich musikiert. Okay. Wir müssen warten. Wir brauchen hier halt Wasser, ne? Wir brauchen Wasser. Irgendwiese. Kannst du nicht raufspucken, Rufus? Einfach raufspucken. Ja, super enttäuschend, ey. In die Pumpe? Aber vielleicht gehe ich nachher nochmal am Elefantengehege vorbei. Die Studenten darf man nicht füttern, aber vielleicht... Ein Profi-Giese-Nupsilator, ja. Wer haben wir jetzt nicht, ne? Ich bin eindeutig verwirrt. Welches? Ja, es funktioniert ja auch nicht. Können wir doch mal normal mit Rita sprechen? Ja, nee. Er ist vom Alter gezeichnet. Aber das Alter hätte lieber auf seine Eltern hören und eine Banklehre machen sollen. Biss mal. Ich hab uns... Ist doch selber. Hä? Moment, ich versuch mal was. Ich versuch einfach mal was. Einpflanzen. Genau. So. Speichern. Hier. Speichern. Genau. Hauptmenü. Spiel verlassen. Ich hoffe, die Aufnahme bricht nicht ab. Eigentlich dürfte sie nicht abbrechen. Nee. Sie läuft noch. Okay, alles klar. Nochmal die Bonia starten. Vielleicht seht ihr... Das war ja in dem zweiten Teil auch so, dass wir einmal die Musik ausmachen mussten. Deswegen kann es ja sein, dass wir jetzt hier irgendwie einmal das Spiel neu starten müssen oder so. Keine Ahnung. Möglich ist alles. Ha! Laden. Nee, ich spiel mal weiter. Ich kann auch weiter spielen. Nein. Okay. Dann hab ich keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Keine Ahnung. Leider außer Reichweite, ja. Offensichtlich... Ja, das war lustig. Ach, die guten alten Zeiten. Naja. Offensichtlich... 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 Was sind das und warum sind... Mann! Von mir aus komm ich da aber wozu auch? Das tut... Tsche... Tch... den dünn 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 dünn. Wir schlagen sich mit der Zeit zu Tachionenkäse verwandelt. Das muss Ziegenmilch gewesen sein. Aber mitmintunveln nichts. Ah, das bringt nichts, wenn wir die aufsetzen. Hä? Ich bin echt bewirrt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung. Doch, das funktioniert bestimmt. In der Motorhaube. Nee. Ach, Mensch. Die Bohne hängt da immer noch. Die Bohne hängt da immer noch rum. Bringt das vielleicht... Ich versuche jetzt nochmal was. Speicher nochmal auf dem gleichen Speicherstand. So, Hauptmenü. Spiel verlassen. Spiel verlassen. Zack. Datum und Uhrzeiteinstellungen. Datum und Uhrzeit ändern. Uhrzeit. Machen wir mal eine Stunde weiter nach vorne. So. Die Bohne ja spielen. Vielleicht bringt das ja was... Keine Ahnung, was sie sonst machen soll, ey. Oh, Mann. Ich hoffe, ich hatte die Bohne eingepflanzt, oder? Ja, ich hatte sie eingepflanzt. Glaube ich. Es hat nichts gebracht. Hä? Einstellungen. Irgendwas sind die Einstellungen ändern, oder so. Äh. Äh. Dün, dün. Dün, dün. Dün, 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 dün. Extras. Wir haben Hut 3 nicht und Hut 4 nicht. Und noch weitere 5000 Tüte nicht. Alles klar. Wir haben hier also... Warte, nach dem Tauchrelm... Können wir noch einen Hut haben? Okay. Magazine. Äh. Äh. Dün, dün, dün. Heißt vielleicht, ist hier irgendwo der Hut? Ich weiß es nicht. Hut. Hut, 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 Hut. Dün, 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 dün. Dün, dün, dün. Dün, 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 dün. He, ne, 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 ne. Nichts neues zu erkennen. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Mann, das ist doch mal voll scheiße. Oh Mann. Ich flipp aus. Wo soll das denn noch hinführen? Ich bin gleich fertig mit der Welt. Das geht doch gar nicht. Alter, Mann, ey. Yeah. Oder so. Warum, ich hab ja schon alles mit allem ausprobiert. Ich hab aus dem Spiel geklickt. Ich nehm die Bohne nochmal mit. Das kann ich langsam wahrstellen, ey. Enttäuschend. Ja. Bin ich auch. Okay. Nein, was mach ich denn? Ja, mitnehmen. Damit. Nein. Damit. Nein. Alleine. Nein. Damit. Nein. Okay, die beiden können wir nicht zusammenmixen. Nein. Nein. Okay, äh. Das hat ja auch nicht funktioniert. Richtig. Kein Potenzial. Alles klar. Boah. Boah. Das damit. Nein. Das. Damit. Nein. Okay. Dann haben wir jetzt noch Rita. Erstmal. Rita. Damit. Genau. Das geht nicht. Boahne. Auch nicht. Gut. Ähm. Nein. Nein. Hier die 4D-Brille nochmal aussetzen. Das bringt auch nichts, ne? Aha. Richtig. Okay. Boahne. Damit. Keine Musik drin. Alles klar. Das ist damit. Das geht nicht. Okay. Mit dem Motor. Geht nicht. Okay. Boahne. Damit. Damit. Geht auch nicht. Alles klar. Ähm. Wir könnten das noch mit der Motorhaube alles versuchen. Alles klar. Und? Nein. Dafür und? Nein. Machen wir die Motorhaube nochmal zu. Haben wir etwas Neues? Nein. Nur etwas Altes. Alles klar. Auch nicht. Okay. Dann machen wir das hier nochmal dorthin. So. Wir haben. Erstmal probieren wir alles mit den seltsamen Nubis. Was? Ein Profisen. Nein. Erstmal das hier meine ich. Die Bohne mit allem. Mehr wüsste beschwungen. Dafür braun immer zu. Zur Einbohr. Oh. Hä? Habe ich doch vorher auch schon gemacht. Nein. Oh nein. Mit dem Strudel. Okay. Mit dem Strudel nicht. Oh Gott. Okay. Endlich. Oh. Herr Rufus. Endlich. Wir hatten schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur. In der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben sie gewechselt. Ja. Ich bin zwar nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Grohl, McChronicle und Drüsenunfall? Ja. Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisende. Richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren. Oder? Hm. Hm. Eigentlich dürfte das bestimmt funktionieren. Denkt nach. Wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Hm. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüsbär durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerdgefasel übersetzen? Hm. 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 Oh. Aber Herr Rufus. Jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll... Okay. Wünscht nie. Oh. Oh. Alles klar. Ja, durch das Portal. Oh. Noobies. Kann ich das wieder anstellen, bitte? Gut, dann springe ich jetzt durch das Portal. Okay. Oh nein. Nein. Es sei... Nein. Tut es nicht. Nein. Nein. Stopp die Hochzeit! Jake! Rufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenn die schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet. Aber ich bin nicht sie. Meine Güte, du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter Nerv. Goal, warte. Bravo, gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Mett-Torte wird bereits kalt. Mett? Aber wenn wir Freunde, würdest du sie nicht heiraten wollen, du Arsch. Du, Goal. Hau ab. Kapier endlich. Es ist zu spät für uns. Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über zwei Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay, ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch. Es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachionenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Gold, nicht! Hier gibt es... Portale. Gold, halte durch. Ich bin schon unterwegs. Das war dumm. Ah. Aua.